Keiner, wirklich keiner hier im Stadion, der es mit Salernitana hält, der ist mit seinem Fokus jetzt noch hier auf diesem Fußballspiel. Und jetzt jubeln sie und jetzt wisst ihr, was das bedeutet. Es ist Schluss in Venedig und Salernitana bleibt erstklassig. Es sind noch zwei Minuten zu spielen, es interessiert keinen. Es interessiert keinen mehr. Das Spiel läuft noch. Es ist völlig egal. Es ist Schluss in Venedig und Osato, jetzt pfeift er auch hier ab, anderthalb Minuten zu früh.